Das schönste Weihnachtsfest meines Lebens, das weiß ich noch ganz genau, das war der heilige Abend 1988. Ich war im Heizungskeller, die Heizung war im Arsch. Alles ist erledigt, alles funktioniert wieder. Meine letzte Amtshandlung heute am heiligen Abend, die Heizung läuft, dass die Damen und Herren da drüben nicht am heiligen Abend den Arsch aufrühren müssen. Jetzt geht er heim, der Bamberger und Karze noch eine halbe. Was ist denn jetzt dran? Hallo? Hallo? Jetzt haben die die Tür zugesperrt. Ich kann nicht mehr raus. Ich kann nicht den ganzen Feiertag noch runden bleiben. Ich wär verhungern. Na gut, das wär wurscht, aber verdurscht nicht. Das ist das Schlimmste dort. Das ist das würdbarste Weihnachten, was ich jemals erlebt habe. Was ist denn das? Was ist denn das hier? Wie? Wie, bleib? Hey, oh, da schon. Da ist es ja! Da ist ja noch eine Tür da! Das ist die plötzte Weihnachten meines Lebens. Untertitelung des ZDF, 2020